Sag ich jetzt mal. Weil diese... Hört jetzt auf mit diesem Scheiß! Hört jetzt auf mit diesem Scheiß! Diese Drecksatz da mal reinzupallern, das können aber anderen Pissern machen! Aber nicht bei mir! Es nervt, wenn ich grade rede und jedes Mal ballert mir irgendjemand hier so'n Spenden-Ding von 4 Dollar rein! Hab ich keinen Bock drauf, steht mir hier! Okay, ihr könnt weitermachen, das ist schön.